Irgendwo hinten dran stehen zu bleiben. Ich habe, glaube ich, so ein Bewegungsding. Ich bin immer ein bisschen am Bewegen. Das heißt, ich laufe da so ein bisschen rum und du hast toll viel zu tun. Kamera, Frau. Aber ich denke, das ist kein Problem. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Oliver. Mein Nachname ist Müller. Die meisten denken das nicht, wenn sie mich zum ersten Mal sehen. Aber meine Mutter ist tatsächlich deutsch. Mein Vater kommt aus Uganda. Ich bin in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe dann im Alter von 17 Jahren den Herrn kennengelernt. Und dann ging es auch schon richtig los und mein Herz war voller Freude und voller Leidenschaft. Und dann irgendwie bin ich auf der Bibelschule gelandet und nach der Bibelschule irgendwie bin ich dann in Dillingen und St. Ingbert gelandet. Und ich freue mich auch. Jürgen und die Ursula sind da. Da fühle ich mich schon wie zu Hause. Ich gehe jetzt an den hierher. Oh, nein. Und bin froh, heute hier zu sein. Und ich hoffe einfach, dass Gott heute zu uns redet, dass wir verändert werden durch seinen Heiligen Geist. Und dass wir einfach das, was er uns heute zu sagen hat, mitnehmen. Und wisst ihr, Leute, ich muss gleich dazu sagen, wenn ich predige heute, predige ich nicht nur zu euch. Das Wort gilt auch für mich, ja. Manchmal sieht es so aus, da predigt jemand und das macht ihr mal. Aber das ist, ein Finger zeigt auf euch und drei mindestens zeigen auf mich zurück, ja. Ich werde zur Rechenschaft auch natürlich gezogen für das, was ich predige. Und ihr möchtet einfach anfangen mit Gebeten und dann möchte ich auch gleich einsteigen ins Wort Gottes. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr gesegnet seid und dass ihr einfach durch die Gegenwart Gottes gestärkt werdet heute. Amen. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt, Herr, für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, der heute gekommen ist. Und Vater, ich bitte dich auch, dass du mit deiner Kraft Veränderung schenkst. Herr, dass deine Freude und deine Liebe in unseren Herzen immer mehr Raum gewinnen darf. Herr, ich bitte dich, dass du Großes tust und dass wir durch deine Liebe verändert werden dürfen. Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir erkennen an, dass wir dich brauchen, Herr. Herr, bitte sprich du heute zu uns. Herr, verändere du, Herr. Rede du glib und klar. Und hilf du uns, Herr, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, wie du es uns so gern sein lässt, Herr. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Amen. Halleluja. Und zwar, wissen Sie, Sie möchten mal anfangen mit einer kleinen Geschichte. Und die Geschichte beginnt ungefähr 20 Jahre. Vor 20 Jahren, ich habe es geliebt, mit Papiergeld zu spielen. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich es geliebt habe, mit Papiergeld zu spielen. Ich habe es so geliebt. Ich habe immer mein Geld, mein Papiergeld gezählt. Damals war es noch D-Mark. Dann bin ich immer hin und habe da gezählt und 500 Mark und 1000 Mark und ich war so stolz. Ich war so stolz über mein Papiergeld. Und dann habe ich immer Sachen gekauft und ich habe mich gefühlt wie ein Bankmanager und überhaupt nicht mal so toll. Und je mehr ich von diesem Papiergeld hatte, desto glücklicher war ich. Und wir haben auch Sachen gespielt und verkauft und kauft. Und ich wollte immer der Geschäftsmann sein, der möglichst klug ist und alle da natürlich so ein bisschen da das Geld bekommt. Und irgendwann bin ich älter geworden und mir ist klar geworden, das ist nur blödes Papiergeld. Und es nützt gar nichts. Und Leute, diese Erkenntnis, dieser Übergang war ziemlich schmerzhaft. Weil ich war doch immer so froh mit meinem Papiergeld gewesen. Und es hat sich doch so gut angefühlt. Es hat sich angefühlt wie echt. Aber es war einfach nicht echt. Und es war zu klein und manchmal hat da sogar noch Muster drauf gestanden. Das ist mir dann später auch aufgefallen, dass bloß keiner getäuscht werden würde. Und wisst ihr, und das ist so eine kleine Einleitung zu dem, über was ich heute reden möchte. Und zwar denke ich, dass wir heute teilweise ein Problem haben. Und wisst ihr, ich bin jemand, ich schaue einfach immer, ich liebe die Sachen einfach zu sehen, wie sie sind. Und seit damals habe ich so die Eigenart, ich möchte die Sachen nicht schön reden. Sondern ich möchte die Sachen einfach so sehen, wie sie sind. Klipp und klar. Entweder ist es so, oder ist es so. Entweder das ist so, oder das so. Entweder schwarz oder weiß. Jetzt sagen wir uns so, joa, aber es gibt auch grau. Und dann habe ich, ich habe mal, ich frage die Leute immer, die sagen, joa, es gibt da so Grautonen. Man weiß ja nicht. Dann sage ich, glaubst du, bei Gott gibt es nicht schwarz oder weiß? Glaubst du, Gott wird bei irgendeiner Frage in deinem Leben sagen, ach, ich weiß nicht, das ist schwer. Aber, wie du das jetzt machst, Gott hat immer ein Ja oder ein Nein. Gott hat immer ein ganz konkretes Reden für dich und für mich. Und in diesem Sinne möchte ich auch heute darüber sprechen. Und ich bin nämlich zur Überzeugung gekommen, zu der zweite Teil meiner Einleitung. Ich bin zur Überzeugung gekommen, es gibt drei Arten in Deutschland von Religion. Die erste Art von Religion ist evangelisch. Ich war evangelisch und ich weiß, wie die Geschichte ausgesehen hat. Ich bin da hingegangen und ich war da einer der wenigen Kämpfer nach Konfirmation. Ich war der Einzige. Die waren total begeistert. Wow, mein Junge ist da. Aber das Problem ist, die haben nicht gemerkt, dass da irgendwas gefehlt hat. Das war Religion und es konnte mich nicht halten. Ich habe gemerkt, ihr Herz war nicht hingegeben für Jesus. Und ich habe, dann bin ich in die Jugendgruppe da gegangen und die Jugendgruppe, die hat überhaupt nicht über Jesus geredet. Und auf Jesus, aber gar nicht. Also Bibel aufgeschlagen oder sowas oder Lila gesungen, konntest du gleich vergessen. Wir haben sich zusammen grau Bier getrunken und haben gesagt, wir sind der christliche Jugendtreff. Und das hat mich sehr geschockt und dann bin ich irgendwann rausgegangen aus der Gemeinde, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, das ist das Christsein nicht. Und es gibt ja auch katholische Religion und da ist es auch nicht viel besser. Dann habe ich in letzter Zeit, ich rede viel mit Leuten. Wir waren die letzten paar Wochen auch auf der Straße gewesen, sowohl in Dillingen als auch in St. Ingbert. Dann habe ich immer mit Leuten geredet. Manche erzählen mir dann von ihren Erfahrungen als Messdiener. Und es ist schrecklich. Und die sind so leer und die sagen, oh, das war schrecklich und die haben überhaupt gar nichts erlebt. Und irgendwie war alles nur Fassade und es war überhaupt nicht echt und die haben so schlechte Erfahrungen. Und dann gibt es die dritte Art von Religion. Und Leute, ich denke, das ist die allergefährlichste Art von Religion. Und das ist die Religion, die stattfinden kann, wenn wir in einer Gemeinde sind, wo freie Christen sind. Wenn wir freie Christen sind, wir können nämlich auch religiös werden. Boah, das tut weh. Wie kannst du sowas sagen? Wir sind doch net wie die Katholiken. Wir sind doch net wie die Evangelischen. Leute, was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen Religion und zwischen Echten ist nicht das Äußerliche, sondern immer das, was im Herzen von den Menschen ist. Immer das, was im Herzen von Menschen ist, das macht einen Unterschied aus. Ich kenne Leute, die sind katholisch und die lieben den Herr. Die lieben Gott, die lieben ihn so sehr und die würden alles für ihn geben. Und es gibt dann Leute aus freien Gemeinden, die reden so schlecht und sagen, oh, alle die Katholiken sind so schlecht. Stimmt nicht. Es gibt Leute, einer auf der Bibelschule, ich habe gehört, der jemals am besten gepredigt hat, im Gottesdienst auf der Bibelschule, war ein Katholik. Und da hat der Heilige Geist aber mächtig gewirkt. Dem Heiligen Geist war das nämlich egal, dass er auf deren Pass Katholik steht. Wie war dem egal? War ihm egal. Was ihm wichtig war, war das Herz, das hingegeben war für Gott. Und ich kenne auch Evangelische. Ich hatte das heute mit dem Pferde schon gehabt über den Wilhelm Busch. Der hat auch gebrannt und es gibt viele Evangelische, die sagen, was die Kirche großteils macht, ist sehr schlecht. Aber ich bleibe drin, damit ich ein bisschen von innen aufräumen kann. Ich kann die doch nicht einfach da im Stich lassen. Und es gibt aber freikirchliche Leute, die sind gleichgültig geworden gegenüber Gott und gegenüber seinem Wort. Und wisst ihr, ich kenne dann vielleicht diese Begriffe, die man sonst nicht kennt. Bekehrt, Wiedergeburt, getauft im Heiligen Geist. Aber die Frage ist, wo in meinem Leben findet es tatsächlich statt? Und ich möchte uns heute da mitnehmen. Und ich möchte nämlich nicht, dass wir religiös werden. Das ist nämlich für mich das aller, allerschlimmste Religion, die letztendlich zu nichts führt. Und ich möchte euch heute vorlesen... Oh, da fällt mir doch ein dickes Buch. Oh, da fällt mir doch ein dickes Buch. Da ist so eine kleine Schlacht da. Ja, weil da fällt mir alles raus. Der hat da nämlich einiges drin. Da kann ich heute den ganzen Tag reden mit den Notizen, die da drin sind. Gell. Ja. Und zwar möchte ich mit euch... Das ist die Hauptbibelstelle für heute. Und zwar fängt es an im 1. Korinther 4 ab Vers 17. Und ich möchte euch so ein bisschen da vorlesen. Und dann möchte ich euch auch über den Hintergrund aufklären, der damals da stattgefunden hat. Nun, es heißt da wie folgt. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus hatte damals ein Problem. Er ist hingegangen und hat sie überall gepredigt. Und er musste aber weiter. Er konnte nicht so lange in einem Ort bleiben. Und es ist dann damals immer irgendetwas passiert. Und zwar sind Leute gekommen. Und die haben ganz schön viel geredet. Und die haben ganz viele Wege vorgeschlagen. Aber ein Problem hat es gegeben. Es war nichts dahinter. Und die anderen und solche Leute haben diese Leute mit Leidenschaft in Verwirrung gebracht, indem sie Dinge gelehrt haben, die komisch waren. Und wisst ihr, Paulus war sich damals dessen bewusst. Und er hat den Timotheus hingeschickt. Und er hat ihm gesagt, Timotheus, geh hin und ermutige sie. Und er würde selbst bald nachkommen. Und er würde ihnen die Botschaft kommen. Und er sagt dann zu ihnen Folgendes. Ich will nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Und Leute, das ist letztendlich die Frage. Gott will nicht wissen, was für schöne Worte aus unserem Mund kommen. Sondern es geht um die Kraft, die in unserem Leben zu sehen ist. Es geht um die Kraft. Leute, ich kann heilig der Herr schwätzen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es geht um die Kraft, die hinter da steht. Ich meine, das ist, um was es eigentlich geht. Und wenn wir das vergessen, wenn wir die Kraft vergessen und nur noch die Worte haben als Fassade, dann haben wir Religion. Und ich will keine, wisst ihr, ich will keine Religion mehr. Ich hatte mal Religion und ich will keine mehr. Und alles, was nicht echt ist, möchte ich nicht. Ich möchte nicht nur schwatzen, weil ich weiß, dass es tot ist. Und ich habe keine Lust auf tote Dinge, weil ich Gott erleben möchte. Und ich möchte heute über verschiedene Dinge sprechen. Ich weiß nicht, ob du einen Stift hast oder irgendetwas. Ich möchte über fünf, beziehungsweise über sechs, beziehungsweise sieben Dinge sprechen, wo in unserem Leben die Kraft sichtbar sein sollte. Und es heißt hier, das Reich Gottes besteht in Kraft. Und der Titel der Predigt heißt, die Kraft des Reiches Gottes. Und wisst ihr, was Reich Gottes ist? Manche Leute sagen, ja, Reich Gottes sind die ganzen Gemeinden verteilt auf der Welt. Nein. Reich Gottes. Du bist Reich Gottes in dem Moment, wenn deine Seele von Neuem geboren worden ist. Dann bist du Teil des Reiches Gottes. Du bist ein lebendiger Baustein in Gott. Es gibt viele Gemeinden, da können auch ganz viele Menschen drin sein. Aber zur Gemeinde Gottes gehören die Leute, die in Bausteine sind. Die Bausteine sind im Königreich Gottes. Und ich möchte natürlich dazugehören. Und wenn wir sagen, wir bauen Reich Gottes, dann heißt es, wir bringen Menschen zu Jesus Christus. Wir bringen Menschen in eine Beziehung zu Gott, sodass sie Gott von ganzem Herzen lieben. Dann habe ich Reich Gottes gebaut. Und wir möchten über diverse Dinge reden. Und das Erste, was in unserem Leben sein sollte, beziehungsweise ich muss ein bisschen ausholen, sonst komme ich da einfach so reingeschneit. Wisst ihr, in dem Moment, wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt als seiner Retter, wirklich von ganzem Herzen, passiert etwas in seinem Innersten. Etwas passiert. Etwas ist anders als zuvor. Und er ist nicht mehr derselbe. Und es gibt dann Dinge, die sich auswirken. Und es gibt da Kraft im Reich Gottes. Da ist Kraft drin. Und Leute, es ist keine psychologische Kraft. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, das hilft dir, weil du dran glaubst. Nein! Es ist nicht so eine Kraft, die man bekommt, weil man nur glaubt. Es ist eine tatsächliche Kraft von Gott. Es ist eine tatsächliche Kraft, die ist wirklich da. Die hilft wirklich. Das ist nicht nur ein Psycho-Ding, wo du beim Doktor bist, und er dir dann irgendwas sagt, ja, glaub an dich selbst. Nein! Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dir ganz deutlich hilft. Ganz deutlich. Und der macht Dinge in deinem Leben möglich, die du niemals hättest denken können, erwarten können. Und, okay, aber ich möchte jetzt nicht so viel darüber reden, aber Gott verändert uns. Und ein paar Dinge zur Veränderung gibt es. Die Kraft des Reiches Gottes besteht in verschiedenen Themen. Und die erste Sache, über die ich reden möchte, ist die Kraft zur Überwindung von Sünde. Die Kraft zur Überwindung von Sünde. Und warum sage ich das? Weil, wisst ihr, ich bin nicht nur hier in diesem Kontext, wo ich mich mittlerweile ein bisschen auskenne, sondern ich habe einen sehr guten Freund aus Tansania. Und wisst ihr, ihr wisst ja, die Hörer war da auch mit, und die Marisa war auch, und noch ein paar Leute. Und wir können dort oftmals die Kraft Gottes in einer ganz anderen Art und Weise erleben, wie wir das hier erleben können. Und ich meine, es ist schon erstaunlich, was Gott tun kann. Es ist erstaunlich. Und bei uns, wir haben, ich nehme euch mal zurück, ich nehme euch jetzt mal, lasst uns eine Zeitreise machen, ungefähr 500 Jahre vorher, da hat ein guter Mann, mit dem Namen Martin Luther, hat gesagt, Glaube, du wirst gerettet durch Glaube allein. Und Leute, er hat so recht gehabt. Er hat es auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, du wirst gerettet durch Glaube allein. Aber etwas ist währenddessen schiefgegangen. Und zwar haben die Leute dann gedacht, okay, ich glaube in meinen Kopf. Ich glaube mit meinem Gehirn. Und das ist es, was dann gut ist. Ich glaube, ja, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Okay, das reicht. Jetzt bin ich schon gerettet. Aber die Wahrheit ist, dass Glaube verändert. Wirklicher Glaube verändert. Und Glaube, ja. Glaube allein, ja. Aber Glaube, der wirklich verändert. Und ein Glaube, der nicht verändert, ist kein Gottesglaube. Aber lasst uns mal das anschauen. Also die erste Kraft ist die Kraft zur Überwindung von Sünde. Und bei uns wird das ein bisschen verharmlost, oftmals Sünde. Jeder hat doch sein Paketchen zu schleppen. Wir haben doch alle unsere Fehler. Und keiner ist perfekt. Und damit wird dann oftmals so die Sünde im Leben toleriert. Und man sagt, ja, das ist mein Problem, das ist dein Problem. Guck mal, wir haben beide Probleme. Machen wir uns nichts vor. Aber die Wahrheit ist, dass Gott in unserem Leben Freisitzung schenken möchte von Sünde. Das ist sein Ziel. Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, okay Leute, habt eine gute Butter für euch. Ich möchte euch retten. Und danach macht einfach weiter wie Feuer. Ciao Leute. War gut. Ich habe euch alle gerettet. Und er hat gesagt, ich werde euch verändern. Und ich werde euch verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er wird in euch hineinkommen. Und er wird etwas anderes machen. Und es heißt auch, der Heilige Geist wird mit Feuer taufen. Wisst ihr, was bedeutet? Wisst ihr, was passiert, wenn ein Feuer über etwas hinwegweht? Es verbrennt alles. Er macht alles kaputt. Und der Heilige Geist kommt und der will alles kaputt machen, was an Bösen in unserem Leben ist. Der kommt und sagt, ich will alles kaputt machen. Schlechtigkeit, ich mache es kaputt. Dinge, die in deinem Herzen falsch sind, ich mache es kaputt. Gebotenheit, ich mache es kaputt. Ich mache das alles kaputt, die Werke vom Feind. Und er stellt uns dadurch wieder her. Und es heißt im 1. Johannes 3, Vers 6. Jetzt werde ich euch gleich schocken. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Jetzt sagen wir uns so, oh, 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 was heißt denn das? Was meint er? Wer sündigt? Und wenn ich jetzt einmal sündige, dann habe ich ihn nicht erkannt oder wie sieht es aus? Aber was die Bibel sagt an dieser Stelle ist was anderes. Die Bibel spricht davon, dass es unmöglich ist, in einem Zustand der Sünde zu leben als Christ. Du kannst es gar nicht. Ich muss euch aus meinem eigenen Leben erzählen. Wenn ihr glaubt, ich wäre perfekt, dann könnt ihr euch aber definitiv irgendwo petzen, weil das ist eine Irrvorstellung. Und wenn ich irgendetwas falsch mache, dann kommt der Heilige Geist aber sowas von in mein Leben und sagt, ich mache es kaputt. Und er kommt und er will es kaputt machen, was ich falsch gemacht habe. Er will diese Dinge, er will sie zerstören und ich habe keinen Frieden in meinem Leben. Ich bin nicht zufrieden. Meine Freude ist weg. Es ist alles bescheuert und ich habe keine Lust mehr. Ich will gar nichts mehr machen. Ich muss es rausbekommen. Und wenn ich doch weitermache, dann entferne ich mich von Gott. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Im Griechischen steht da Folgendes. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht fortwährend. Fortwährend, nicht einmal, sondern fortwährend. Der lebt nicht in einem Zustand des Falschen. Der Sünde, der lebt nicht da drin. Der macht es nicht. Der will das gar nicht. Der kann das gar nicht. Und wisst ihr, das ist die Kraft, die Gott uns schenkt. Es ist nicht unsere Kraft. Manche Leute denken, oh, ich muss irgendwie gegen meine Sünde kämpfen. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Und ja, in gewisser Weise musst du kämpfen, aber nicht du selbst, sondern du kämpfst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst habt ihr ein ganz großes Problem. Und dann wird es ganz schwierig. Und Gott wünscht sich so sehr für unser Leben, dass wir die Sünde überwinden. Und er macht auch ganz deutlich klar, dass es sowas nicht gibt. Ein Leben in Sünde. Und jetzt mal überhaupt zu dem Thema, was ist überhaupt Sünde? Manche Leute sagen, was ist Sünde? Und es gibt manche Dinge im Leben, wo ich schon vorhin gesagt habe, so Grauzonen. Aber ist es jetzt richtig? Ist es nicht richtig? Ja, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, was am meisten liegt? Ich mag den griechischen Urtext, weil da hatten die Worte manchmal noch eine andere Bedeutung. Und das Wort für Sünde im Griechischen bedeutet Hamathia. Und Hamathia bedeutet Zielverfehlung. Die haben damals mit einem Bogen geschossen und haben vorbeigeschossen. Und dann haben sie gesagt, oh, Zielverfehlung, Sünde. Du hast vorbeigeschossen. Und wenn ihr euch fragt, was Sünde ist, dann müsst ihr einfach die umgekehrte Frage stellen. Ist das, was ich tue, Gottes Ziel für mein Leben? Ja oder nein? Bei den Sachen, wo ihr denkt, ah, ist es gut? Ist es nett gut? Ist es Gottes Ziel für dein Leben? Ja oder nein? Und wenn es nicht Gottes Ziel für dein Leben ist, dann ist es nicht gut. Dann ist es Sünde. Es heißt auch, was ihr nicht im Glauben tun könnt, das ist Sünde. Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir diese Kraft bekommen. Und diese Kraft ist da, in ihm. Und manche sagen, okay, Oliver, aber ja, Gott ist doch gnädig und er liebt uns so und überhaupt, er möchte uns ja absolut immer vergeben. Und ich bin da voll dabei. Gott möchte uns so gern vergeben. Und er liebt es, uns zu vergeben. Aber ich möchte euch mal Römer 2, 4 bis 6 vorlesen. Das sagt nämlich der Paulus zu diesem Thema. Er sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also die Tatsache, dass Jesus uns sehr liebt, sollte uns zur Umkehr leiten. Und dann heißt es hier ganz hart, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf dem Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jeden vergelten wird nach seinen Werken. Oh Leute, wenn wir das hören, dann kommen wir alle ins Spitzen. Dann denken wir, das ist richtig hart. Und Jesus möchte uns wirklich dafür ermutigen, dass wir Sünde ablegen, wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Das ist falsch. Tu das nicht. Wenn du es erkennst in deinem Leben, dann sag, okay, ich höre auf damit. Wenn du ein Wort Gottes liest und du bekommst es und es wird dir klar, es ist nicht gut, lass es sein. Vertrau auf Gott und er wird dir auch da helfen. Wenn du mit etwas zu kämpfen hast, höre nicht auf zu kämpfen, sondern kämpfe gegen das schlechte An, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber wie wir zu Wege kommen, sage ich noch am Schluss. Auf jeden Fall, da ist Kraft da im Reich Gottes, dass wir die Sünde überwinden. Die zweite Sache, es ist nicht nur Kraft da, die Sünde zu überwinden, sondern es ist auch Kraft da, zur Überwindung von Weltlichkeit. Was meinst du, Oliver, mit Weltlichkeit? Was meinst du damit? Und ich möchte einmal von Jakobus 4, Vers 4 vorlesen. Da heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Und in 1. Johannes 2, Vers 15 steht dazu auch was ganz Interessantes. Da steht nämlich folgendes. Hab nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist der zweite Hammer. Die Bibel lehrt uns, dass es Kraft gibt, zur Überwindung von Weltlichkeit. Einen Vers muss ich noch vorlesen, weil der ist so schön. Den gibt uns auch der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2. Da sagt er nämlich folgendes. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott hat ein Ziel für unser Leben. Er möchte, dass wir nicht weltlich sind. Was bedeutet es, weltlich zu sein? Was bedeutet es, die Welt zu lieben? Wisst ihr, ich bin der festen Überzeugung, dass wir oftmals diese Welt lieben und es gar nicht merken. Weil es ist sehr schwer. Wer definiert, was ist weltlich und was ist nicht weltlich? Ich meine, wenn ich ein Auto fahre, ist es weltlich. Ein Auto ist ja, ist ja von dieser Welt. Wenn ich mal etwas esse, ist es ein weltlich. Ich muss noch was essen. Was ist weltlich und was ist nicht weltlich? Aber was wichtig ist, was wir verstehen dürfen und verstehen müssen, ist, dass Weltlichkeit etwas ist, das uns von Gott wegbringt. Es ist ein falsches Verständnis von Gott und was er für uns hat. Beispielsweise, es ist weltliche Moral. Viele Christen haben eine weltliche Moralvorstellung bekommen, was ist gut, was ist richtig. Und sie schauen danach, was die Welt sagt, was richtig und was falsch ist. Sie, wenn die Welt sagt, ist es okay, hm, dann kann ich es auch tun. Und, es gibt so viele Dinge, der, die, die uns in eine Sache führen, die uns ablenken kann. Ganz ehrlich, wenn ich euch fragen würde, wer von euch wäre gern beim Herrn jetzt? So richtig gern beim Herrn. Oh, Natali, Halleluja! Spitze! Aber die meisten Leute, die sagen folgendes, oh, also ich will mein Leben noch leben, ich will noch diese Erfahrung machen, ich will noch jenes machen, ich will noch den Spaß haben, ich will noch dorthin gehen, ich will noch das und jenes und hier und dort. Und die Wahrheit ist, der Apostel Paulus hat folgendes gesagt, als er auf der Erde war. Er hat gesagt, ich wünschte, ich wünschte, ich wäre bei Gott, aber ich bin noch hier, damit ich den, damit ich dienen kann, damit ich den Brüdern und den Schwestern auf dieser Welt dienen kann, damit ich ein Segen sein kann. Und Leute, wir müssen uns immer überlegen, warum wollen wir auf der Welt sein? Sind wir so wie Paulus, dass wir sagen, ich möchte hier auf der Welt sein, weil ich den anderen dienen möchte? Oder sagen wir, ich möchte auf der Welt sein, ich möchte noch diesen Spaß haben, ich möchte noch das haben, ich möchte noch jenes haben und noch das und noch dies. Und es ist furchtbare Verwältlichung eingetreten. Und diese Verwältlichung, die hält uns davon ab, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wisst ihr, heute haben wir, es ist einfacher für uns, zwei Stunden vor dem Fernseher zu sitzen, als zwei Stunden auf den Knien vor Gott. Es ist einfacher für uns, auch das Ganze, das Ganze zu verlegen, vielleicht in ein Kino oder sowas, als vielleicht das Geld, anstatt dessen wegzugeben, an die Asse und dafür zu beten, dass Gott wirklich Erweckung schenkt in unserem Land. und Weltlichkeit kann uns so ablenken von dem, was Gott tun möchte. Heißt es, ich darf überhaupt gar keinen Spaß mehr haben? Heißt es, wie die Puritaner, ich muss jetzt immer schwarz rumlaufen und wehe, irgendjemand macht irgendetwas und lacht, dann muss ich ihn streng angucken? Nein, das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass dein Herz nicht an Sachen hängt, die schlecht sind. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, ich meine, es gibt ganz viele Einzelfälle, wo man drüber reden kann, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Aber die Wahrheit ist, dass wir uns immer hinterfragen müssen, warum tue ich, was ich tue? Tue ich es für Gott oder tue ich es einfach für mich? Unsere Gesellschaft ist so egoistisch geworden und dreht sich so um uns selbst. Und wisst ihr was? Die Welt braucht uns, ob ihr es glaubt oder nicht. Die Welt braucht uns, die Welt braucht dich, wenn du Jesus Christus von Herzen liebst. Sie braucht dich. Deine Nachbarn brauchen dich. Deine Freunde brauchen dich. Es gibt so viel zu tun. Und dann, wisst ihr, und ich rede immer gerne mit Christen und ich höre so oft, oh, ich würde so gerne Erweckung haben. Ich würde so gerne, dass die Menschen in Strömen kommen in die Gemeinde. Ich würde so gerne, dass jeder den Herrn preist. Und dann heißt es, ah, ich weiß nicht, der Herr wird irgendwann seine Zeit haben. Wisst ihr, wann der Herr seine Zeit hat? Wenn sein Volk sein Angesicht von ganzem Herzen sucht und wirklich ihn als erste Priorität setzt, dann wird er wirklich uns Veränderung schenken. Und das ist, was wir brauchen. und anders werden wir es nicht schaffen. Ich lese sehr gerne. Und wenn immer ich Menschen lese, die nicht aus unserem Kontext kommen, aus dem Westen hier. Alle, was sie sagen im Westen, sie sagen, im Westen habt ihr zu viel Ablenkung. Im Westen, ihr verbringt gar keine Zeit mehr im Gebet. Im Westen verschwendet ihr euer Geld. Im Westen, ihr wisst gar nicht, was bedeutet Gemeinde. Sondern erzählen sie, wo ich herkomme, da müssen wir Psalm 119 auswendig lernen, damit wir überhaupt eine Bibel bekommen. Wo ich herkomme, da haben wir nicht mal eine ganze Bibel teilweise, sondern wir teilen uns die Bibelstückchen zu. Du hattest Markus eine Woche lang. Jetzt will ich ihn lesen. Wow, bei uns wird es sagen, kannst du behalten oder sowas. Brauche ich eh nicht. Ich gebe es mir nichts sehr irgendwann wieder. Aber wisst ihr, was ich meine? Überwindung von Weltlichkeit. Da ist Kraft in Gott. Und es geht einfach dann, diese Kraft bewirkt nämlich, dass ich gar kein Interesse habe, diese Kraft bewirkt, dass ich da hocke und denke, bescheuert. Bescheuerte Geschichte, bescheuerte Story, wenn ich irgendwie meine Zeit verschwende, vielleicht vom Fernseher. Ich denke, ich sehe viel, bei mir ist es mittlerweile so, es ist schrecklich. Ich kann nicht mehr in Ruhe gucken, irgendwas, weil der Heilige Geist macht mich auch, weil ich will ja alles mit dem Heiligen Geist tun. Wenn du mit dem Heiligen Geist Fernsehen guckst, dann wirst du aber ganz schnell depressiv. Und es geht nämlich dann so ungefähr. Sünde, der hat gerade gesündigt. Du weißt schon, Oliver, dass er gerade seine, die Ehe gebrochen hat? Ah ja, stimmt. Und er wird gut dargestellt? Mhm, stimmt. Und er nimmt gerade Drogen und es wird alles gut dargestellt. Und er braucht sie ja und er ist so fertig und die hat betrügt die und das da und da ist der, er hat diese homosexuelle Neigung und das wird auch gut dargestellt und jeder soll ja frei sein und alles. Und irgendwann denkst du dann, oh, Heilige Geist hat verstanden. Ich habe keine Lust mehr. Und viele Leute denken, wisst ihr, ich meine, ich war auch auf der Bibelschule, war ich einer derjenigen, der die Leute ermutigt hat, habe gesagt, Leute, es ist schön, dass ihr alle auf der Bibelschule seid, aber es ist auch schön, wenn wir unsere Zeit nicht im Kaminzimmer vom Fernseher verbringen am Samstag, sondern wenn wir in Deutschland für Erweckung beten. Aber es ist natürlich, es geht viel schneller, den Fernseher anzumachen. Es geht viel schneller. Einmal draufgedrückt, Bäm, jetzt spannend. Und Tom Cruise oder keine Ahnung wer, da fetzt er mit seinem Auto entlang und du denkst, yeah! Und unser menschliches Fleisch liebt es total. Und wenn ihr glaubt, Hollywood weiß nicht, was es tut, dann habt ihr es nicht geschnallt. Die hocken Psychologen dahin, die gucken, wie mache ich das am besten. Die kriegen dich. Die haben Fleischspezialisten, wahre Metzger für eure Seele. Die gucken, wie sie dich drankriegen, und dann, dass du es interessant findest und dass du süchtig danach wirst. Lauter solche Dinge. Und ich mache nie etwas nicht aus Prinzip, so nach dem Motto, ich mache es einfach nicht so, weil es keinen Grund gibt. Sondern, wisst ihr, ich finde Gesetzlichkeit sehr schlimm. Und ich möchte Dinge tun, wenn sie in der Heilige Geist offenbart. und wenn der Heilige Geist mir offenbart, im Fernsehen läuft nur Schrott, dann will ich eben nicht mehr Fernsehen gucken. Oder die Nachrichten vielleicht, damit ich weiß, was in der Welt los ist. Und das ist die Sache, die Überwindung von Weltlichkeit. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Ihr müsst gucken, wo ihr vielleicht in eurem Leben Weltlichkeit habt. Aber das spielt gar keine Rolle, weil wenn die Kraft da ist, dann wird die Weltlichkeit verschwinden. Irgendwann sagt ihr, mir ist alles egal. Mir ist es egal. Ich brauche das ganze Zeug gar nicht mehr. Weil ich möchte Gott und ich möchte seine Gegenwart. Okay, ich muss weiterkommen. Die dritte Sache ist, die Kraft zur bedingungslosen Hingabe. Und ich möchte hier vorlesen, und haltet euch fest, wenn ihr gedacht habt, es war hart, jetzt wird es hart. Lukas 14, Ab Vers ab 26, möchte ich mal, da sagt Jesus folgendes, wenn jemand zu mir kommt, Achtung, und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und da möchte ich noch vorlesen, in 1433, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allen sagt, was er hat. Und jetzt sagen Leute, okay, ich habe ja immer Jesus ganz gut gefunden, aber jetzt mag ich ihn auf einmal nicht mehr. Warum sagt er mir, ich soll meine Mutter hassen? Denn der hat sie doch vielleicht nicht mehr so richtig. Wie kann er das sagen? Aber Jesus meint nicht, dass ich meine Mutter hassen soll, mit einem Hass, wie die Welt hasst, sondern es ist eine andere Form. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Letzte Woche hatte ich die schon erzählt, in Dillingen. Das ist eine Geschichte, die mich sehr anrührt hat. Da war einmal ein indischer Mann und dieser indische Mann war der einzige Christ mit seiner Familie in diesem Dorf. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, weißt du was, wir möchten, dass du abschwörst von deinem Glauben. Und er hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und es war dann so eine Zeit und sie haben ihn getränkt und er hat gesagt, nein. Und dann war es der Tag, wo sie ihm gesagt haben, okay, folgende Möglichkeit, entweder du schwörst deinem Glauben ab oder wir bringen deine Kinder um. Und die haben ihn genommen und seine Kinder und seine Frau und haben gesagt, entweder du schwörst ab oder wir bringen deine Kinder um. Und er hat überlegt, was er sagen soll. Und dann hat er angefangen, dieses Lied zu singen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es letzte Woche schon angesungen. Jetzt werde ich aufgezeichnet. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es an singen soll. Aber wisst ihr, er hat gesagt, ich weiß nicht, wer kann von euch ein bisschen Englisch? Oh Herr, wir sind im Saarland. Ich bin entschieden, zu folgen. Genau. Aber auf Englisch hört es einfach besser an. Er hat gesungen, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Was er damit sagen wollte, war, ich habe mich entschieden, hier ist nachzufolgen und ich werde garantiert jetzt nicht zurückschrecken. Und dann haben sie seine Kinder umgebracht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben deine Kinder umgebracht, du hast nur eine Chance. Deine Frau. Wenn du jetzt nicht, dann werden wir auch deine Frau umbringen. Und dann hat er weitergesungen. und er hat gesungen, auch wenn keiner mit, die Welt liegt, das Kreuz liegt, nein, was heißt es? Die Welt liegt. Ah, nein. Auch wenn keiner mit mir geht, so will ich ihm folgen. So no one's with me, I will follow. Auch wenn keiner mit mir geht, ich will folgen. Ich ziehe es durch. Und sie haben seine Frau umgebracht. Und dann am Schluss haben sie gesagt, okay, jetzt hast du noch eine Möglichkeit. Dann hat er den dritten Teil von diesem Lied gesungen, hat gesagt, das Kreuz vor mir, die Welt liegt hinter mir. Und dann ist er auch gestorben. Und dann ging es aber weiter. Das ist eine traurige Geschichte. Aber Leute, der wusste, an was er glaubt. Der wusste, wen er liebt. Und hätte euch irgendjemand gesehen, diesen Mann, einer aus der Welt, der hätte gesagt, der spinnt doch. Der hasst doch seine, wie kann das zulassen, dass seine Familie jung war? Der hasst doch seine Familie. Nein, nein. Es geht nicht darum zu hassen. Aber manchmal ist die Liebe, die man zu Gott hat, so stark, dass es für andere aussieht, als ob man seine eigene Familie nicht lieben würde, weil man so viel aufgibt. Aber die Wahrheit ist, dass er gewusst hat, wem er nachfolgt. Und er hat seinen Glauben konsequent zu Ende gelegt. Und wisst ihr, wir haben alle so Angst oftmals vor dem Tod. Aber der Tod ist nicht unser Feind. Der Tod ist nicht unser Feind, Leute. Unser Feind ist die Sünde, die uns wegbringt von Gott. Dann wird nämlich der Tod ein wirkliches Problem, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind. Und wisst ihr, bedingungslose Hingabe, die Bereitschaft zu sagen, Jesus, mein ganzes Ich gehört dir. Alles, was mich ausmacht, gehört dir. Dir, alles. Dir gehört alles. Und ich möchte dir alles geben. Und wisst ihr, da ist die Kraft da im Heiligen Geist. Und diese Kraft gibt es nur im Heiligen Geist. Und als Paulus zu diesen Leuten gesagt hat, ich will mal gucken, was das für Leute sind, dann wollte er auch wissen, ob das Leute sind, die bereit sind, für Christus zu sterben. Die bereit sind, alles hinzugeben für Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und eine andere Geschichte, die ist auch sehr schön, wenn als zwei junge Christen sich selbst in die Sklaverei verkauft haben, weil sie gehört haben, dass auf der Insel, wo sie hinkommen würden, noch nie jemand das Evangelium gehört hat. Und der Besitzer dieser Insel, der würde nicht zulassen, dass ein Prediger kommt. Also haben sich die zwei jungen Menschen sind hingegangen und haben gesagt, ich möchte mich selbst verkaufen in die Sklaverei. Und mit dem Geld, das sie bekommen haben, für ihre eigene für ihr eigenes Leben haben sie ihre Überfahrt bezahlt. Das war ein One-Way-Ticket. Das ging nicht mehr zurück. Und die Familie hat geweint und hat da und die waren jung, nicht verheiratet und die haben gesagt und geweint und die haben die gesehen und haben sie gerufen. Sollte Jesus Christus nicht alles bekommen, was er bekommen kann, sollte das Blut Jesus umsonst vergossen sein für diese Menschen. und die haben sich von ganzem Herzen freiwillig hingegeben, um dort zu dienen. Bedingungslose Hingabe. Leute, es ist so viel Kraft in bedingungsloser Hingabe. Bereit zu sein, Jesus nachzufolgen. Jesus sagt in Markus 8, 34, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Nur dann kann er mein Jünger sein. Jesus möchte uns zur bedingungslosen Hingabe ermutigen und da ist nur seine Kraft, die das kann. Wir können viel reden, oh Jesus, du bist der König, du bist alles, aber die Frage ist, gibt es Kraft in unserem Leben für bedingungslose Hingabe? Wenn Gott zu uns spricht, dass wir sagen, ich möchte es tun, ich möchte es umsetzen, ich möchte es in Wahrheit sehen. Die vierte Sache, die Kraft eines vorbildlichen Lebensstils. Wisst ihr, als Christen, oh spitze, aber der hat noch Spudel reingemacht. Ich merke das noch mal dreimal so gut. Die Voraussetzungen. Halleluja. Halleluja. Und die Kraft eines vorbildlichen Lebensstils, Matthäus 5, 13 bis 16. Das ist alles in der Kraft Gottes drin. Es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann keine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allem im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es gibt mir Kraft, Vorbild zu sein, in diese Welt hinaus zu strahlen. Und diese Kraft kommt nicht von mir selbst. Viele probieren, Christ sein zu leben aus eigener Kraft. Leute, das funktioniert niemals. Du gehst alt, du bist kaputt. Wisst ihr, was passiert, wenn ich hingehe und in der Öllampe nur den Docht anzünde? Der geht ganz schnell runtergebrannt. Ich brauche ein bisschen Öl, damit der Docht länger hält. Irgendwann, wenn wir alt sind, dann geht die Kraft auch zu Ende. Aber ohne Öl geht es ganz schnell, dass man fertig ist mit der Welt. Weil wir brauchen das Öl als Symbol für die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Reiches Gottes. Dafür ist Jesus gekommen, um uns Kraft zu geben, dass Menschen uns sehen können und sagen, boah du, so wie du möchte ich auch sein. Spitze, so wie du lebst, so wie du dich verhältst, so wie du mit anderen Menschen umgehst. Ich finde es vorbildlich. Ich bin begeistert von der Art und Weise, Vorbild zu sein, dass du in deinem Leben Liebe ausstrahlst, dass Menschen sehen können. Das ist alles drin in der Liebe Gottes, dass du einen positiven Unterschied ausmachst, wo immer du auch bist, die Kraft eines vorbildlichen Lebens. Und ich denke, die Magdalena, die durfte es auch erleben, was es bedeutet, da einen positiven Unterschied auszumachen. Und wisst ihr, das Gute ist, da kommt sogar noch was zurück. Du lebst als Vorbild in einer gewissen Weise, als du bezeugst Christus und bekommst dann auch was zurück. Und je mehr wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind, desto vorbildlicher wird unser Lebensstil für die Menschheit, wenn sie an uns sehen, dass wir anders sind. Die fünfte Sache, wir haben Kraft zur Verkündigung der frohen Botschaft. Wir haben Kraft zur Verkündigung der frohen Botschaft. Wisst ihr, Jesus hat uns gesagt, was sehr interessant ist, übrigens in Matthäus 28, ihr kennt es schon, aber es ist immer gut, es nochmal zu hören, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wisst ihr, bevor er gegangen ist in Lukas, in Lukas Evangelium am Ende sagt er, wartet, bis die Kraft auf euch gekommen ist. Weil er hat ganz genau gewusst, ohne Kraft geht da eh nichts bei euch. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um Menschen zu erreichen für Christus. Wir erreichen manchmal ein paar, aber wir brauchen richtig Kraft, um viele Menschen zu erreichen für Jesus. Wir brauchen Kraft und diese Kraft kommt aus der Freude dem Heiligen Geist. Am Mittwoch, ich habe es schon gestern erzählt, hatten wir ein super Gebet und wir hatten schöne Zeit und der Heilige Geist war da und dann bin ich rausgegangen und dann bin ich so gelaufen und ich habe gepfiffen und gesungen und die Leute haben mich angeguckt und haben gedacht, was ist mit dem los? Und wisst ihr, ich habe mich auch nicht geschämt, weil mein Herz war voll und der Heilige Geist nimmt uns den Charme. Der Heilige Geist nimmt uns den Charme und wir fühlen uns nicht mehr wie der Größte Depp. Der Heilige Geist nimmt uns den Charme, so dass wir reden können und dass sich die anderen fühlen wie der Depp. Wenn sie nicht an uns glauben, ich weiß noch einmal, da war ich mit einem Freund und auf der Bibelschule sind wir immer hingegangen und haben Freitagabend mit Leuten auf der Straße geredet, die am Ende waren, so Jugendliche und dann weiß ich noch, die haben dann die Alkohol getrunken und er und ich, wir haben uns super verstanden und wir waren so froh, voller Geist an diesem Abend und wir haben so gelacht, wir waren so glücklich, wir haben das Evangelium geteilt und haben geredet und wir haben gelacht und uns gefreut und die gucken uns an und sagen, ey, was habt ihr genommen, seid mir ehrlich. Wir haben gar nichts genommen, das ist der Heilige Geist und das macht uns glücklich und die haben gesehen, dass wir so froh waren und die haben gesagt, ey, das ist doch verrückt, warum seid ihr so glücklich? Weil da ist Kraft zur Verkündigung des Heiligen Geistes. Es macht Spaß, jedes zu verkündigen, wenn die Kraft da ist. Ohne Kraft, kein Saft und dann macht es auch keinen Spaß. Wir brauchen die Kraft, wir brauchen die Kraft, ich brauche die Kraft, du brauchst die Kraft, wir brauchen die Kraft. Amen. Halleluja. Gut. Und dann die sechste Sache, die Kraft einer übernatürlichen Beziehung zu Gott. Die Kraft einer übernatürlichen Beziehung zu Gott. Die meisten Menschen im Westen, die ich kenne, haben nur eine natürliche Beziehung zu Gott. Sie vertrauen Gott, wenn es automatisch kaputt ist. Oh Herr, es geht vielleicht auch so, dass irgendwie etwas zustande kommt, aber es gibt eine übernatürliche Beziehung zu Gott. Eine übernatürliche. Das ist eine Beziehung, die ist nicht normal. Die ist nicht einfach so, die ist richtig genial. Und das wisst ihr die meisten, mit denen ich rede. Wenn ich sage, hey, wie findest du das? Und dann rede ich so, und ich hatte es mal mit dem Bibelschüler, und dann haben wir gesagt, ey, morgens, wenn wir so beten, und die Kraft Gottes ist da, und die Gegenwart Gottes füllt dich auf, und du bist glücklich, und du spürst einfach Gegenwart Gottes, und du denkst, ich möchte hier nie mehr weg. Und du redest da, und ich habe mit ihm geredet, und er sagt, oh ja, und wir haben dann drüber geredet, und dann habe ich gesagt, ey, die meisten Leute, mit denen ich rede, die verstehen gar nicht, wovon ich rede, die gucken mich nur komisch an, wenn ich das sage. Weil die meisten Menschen oftmals nur eine natürliche Beziehung haben. Es ist nur irgendwie im Kopf, aber diese Lebendigkeit im Heiligen Geist, diese Beziehung, diese Liebe, diese Seelenmassage, dass dein Herz berührt wird. Wisst ihr, ich mag ja Gemeinde, und ihr seid alle liebe Menschen, und ich sehe euch ziemlich gerne, vor allem, wenn ihr hier es nachfolgt, aber ich brauche den Heiligen Geist, und diese übernatürliche Beziehung zu ihm, die meine Seele durchdringt, die mein Herz verändert, die auf eine tiefe Art und Weise mich ganz umstellt. Und übernatürliche Beziehung führt auch zu übernatürlichen Dingen. Wenn es dann heißt, letztendlich, und da dürfen wir in Deutschland noch eine ganze Menge, eine ganze Schiffe drauflegen, wenn es heißt, die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Das ist nicht nur einfach eine nette Märchengeschichte, dass Jesus gesagt hat, so wenn ihr euren Kindern was erzählt, für gute Nacht, dann erzählt ihnen auch noch sowas. Das ist die Realität im Heiligen Geist. Das ist die Realität im Heiligen Geist. Und wir brauchen wieder mehr von diesem Übernatürlichen in unserem Leben. Wir brauchen mehr. Und wisst ihr, warum ich das an den Schluss gesetzt habe? Ganz einfach deswegen, weil es ein Resultat ist, aus unserer Beziehung zu Gott. Viele sagen, ja, ich bin das Übernatürliche. Vergiss das Übernatürliche. Erstmal folge Jesus. Folge Jesus. Ich brauche Leute. Ich möchte, dass Übernatürliches geschieht und dass ich mit ihm in einer Übernatürlichen Verbindung zusammen bin. Ich möchte Kraft bekommen natürlich. Aber Wunder zu sehen, Dinge zu sehen. Ich habe Wunder gesehen und ich habe gedacht, toll, schön. Aber meine Gebetszeit hat mir besser gefallen, wenn ich die Gegenwart Gottes spüre. Wunder machen dich nicht glücklich. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben macht dich glücklich. Und die kommt, wenn die Kraft des Reiches Gottes in deinem Leben aktiv ist. Und das Letzte ist, das hat mir Gott während dem Lobpreis noch offenbart, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber er hat einfach zu mir gesprochen und gesagt, Olli, ich möchte auch, dass du das auch noch machst. Die Kraft zum veränderten Sein im Allgemeinen. Und es heißt in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, lauter Dinge, die in deinem Herzen da sind. Ich möchte keine traurigen Christen sehen. Der Heilige Geist hat so viel für uns geplant. Der möchte so viel für uns. Und er hat geplant, dass wir verändert sind. Und wir können Frieden haben in Jesus Christus. Und er möchte das, dass unser Wesen von ganzem Herzen verändert ist. Und er möchte es für dich. Und es ist Freude da. Und es ist Kraft. Und Gott ist nicht irgendwie. Es heißt, wenn der Sohn des Höchsten frei gemacht hat, der ist, der ist vielleicht frei, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei. Und Gott möchte Freisetzung schenken, dass wir Freude haben. Und wir werden Freude haben. Ich beneide manchmal die Leute, die dann im Gefängnis sitzen in China und die dann sagen, das ist die schönste Zeit, die ich je im Leben verbracht habe. Und Leute gucken und denken, ihr seid doch völlig kaum übergeschnappt. Du sitzt im Gefängnis, musst Klos schrubben und sagst, es ist die schönste Zeit. Aber ich habe eine Ahnung, was sie meinen. Diese Gegenwart Gottes, die sie spüren. Ich sitze lieber mit der Gegenwart Gottes und putze ein Klo als im größten Luxushotel ohne die Gegenwart Gottes. Es geht nicht um meine Umstände, sondern es geht um mein Innenleben. Was ist, wenn mein Innenleben so eine Toilette ist und es außenrum schön ist, dann ist es bescheuert. Aber wenn mein Innenraum, mein Innenleben so ein tolles Hotel ist und außen ist halt, was ist wichtiger? Es geht um das, was drin ist, weil so fühlst du dich auch. Gut, ich wiederhole noch mal ganz kurz die Überpunkte. Die Kraft zur Überwindung von Sünde, die Kraft zur Überwindung von Weltlichkeit, die Kraft zur bedingungslosen Hingabe, die Kraft eines vorbildlichen Lebensstils, die Kraft zur Verkündigung der frohen Botschaft, die Kraft einer übernatürlichen Beziehung zu Gott und die Kraft eines veränderten Seins. Und jetzt sagt er, hey, ich möchte diese Kraft, ich möchte wirklich das leben. Und Leute, das ist, was Paulus gemeint hat, als er gesagt hat, ich will mal gucken, was da los ist mit denen. Denn das Reich Gottes besteht in Kraft und nicht in Worten. Worte sind gleichgültig für das Königreich Gottes. Es geht um die Kraft, die dahinter steht. Und so zeichnet sich die Kraft im Leben eines Christen aus. Wie kommst du an diese Kraft? Wie kommst du an diese Kraft? Leute, ihr müsst euch entscheiden. Es fängt immer an mit einer Entscheidung. Und diese Entscheidung lautet, ich möchte mich absolut mit all meinem Sein, mit all meinem Sein Christus zur Verfügung stellen, mit allem, was ich bin. Ich möchte nichts mehr zurückhalten. Nichts mehr. Und wenn er morgen sagt, ich soll nach dem Buktu, dann gehe ich auch nach dem Buktu. Ich möchte ihm absolut nachfolgen. Je mehr von unserem eigenen Ego in unserem Leben wohnt, desto weniger Platz hat der Heilige Geist. So einfach ist die Geschichte. Je mehr Ego drin ist, dann ist halt nur so viel Platz für den Heiligen Geist. Und du fragst dich, warum du nur so glücklich bist. Weil der Heilige Geist hat eben nur so viel Platz. Und dann machst du ihm Platz und gibst und sagst, ich möchte dir nachfolgen. Auf einmal merkst du, wie mehr und mehr Füllung reinkommt. In dem Moment, wenn du dich füllen lässt, hat er auch mehr Platz, wenn du bereit bist, von deinem Ich wegzukommen. Dafür musst du dich entscheiden. Und wisst ihr, wenn ich richtig stark sein will, dann muss ich was essen. Und ich gebe euch so eine leichte Eselsbrücke. Wenn ich stark sein will, ich muss was essen, gibst mir gutes Brot und gibst mir Wasser, damit ich zu Kräften komme. Und die Bibel hat auch ein Brot für uns. Sie hat das Wort Gottes. Und Jesus, als er versucht wird, sagt zum Satan, ganz klar, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Mund, das aus dem Wort, von jedem Wort aus dem Mund Gottes kommt. Und in diesem Sinne ist das Wort Gottes unser geistliches Brot. Ich brauche Brot. Wenn ich kein Brot habe, dann klappt es nicht. Und ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Und das Wasser ist der Heilige Geist. Okay. Jetzt machen wir interaktiv. Marisa, ich habe ein Stück Brot und ich bin hungrig. Was muss ich tun? Essen. Ich habe die Bibel und ich bin hier. Was muss ich tun? Richtig. Ich esse. Ich nehme es auf in mich. Gut. Ulrike, wir gehen weiter. Ich habe eine Pflasche Wasser vor mir stehen und ich stehe hier. Was muss ich tun, wenn ich Durst habe? Essen. Ganz genau. Ich habe der Heilige Geist da. Ich bin auch da. Er lebt zwar in mir, aber da ist noch mehr von ihm, was in unserem Leben sich offenbaren kann. Und was muss ich tun? Amen. Beten. Und ich muss es aufnehmen. Im Gebet kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf mich. Ich, wisst ihr, manchmal fange ich an zu beten und ich fange an zu beten und am Anfang fühlt es sich an, als ob es eine Decke geht und mit gleicher Wucht wieder zurückbreitet. Boing. Und du denkst, oh, jetzt komme ich nicht durch. Aber ich bete und ich sage, Gott, mir ganz egal, weil es geht ja heute gar nicht um mich, es geht ja um dich. und ich möchte dich anbeten und ich suche sein Angesicht und dann kommt die Gegenwart Gottes und dann kommt die Freude und dann habe ich gar keine Lust mehr, etwas anderes zu machen. Und dann kommt die Kraft. Mit Brot und Wasser kommt die Kraft. Mit Heiligem Geist und mit dem Wort Gottes kommt die Kraft in dein Leben. Aber nur, wenn du die Entscheidung triffst, all diese Punkte auch wirklich Gott abzugeben, die Sünde zu überwinden, die Weltlichkeit, die bedingungslose Hinterarbeit zu haben, diesen vorbildlichen Lebensstil zu führen, Verkündigung des Wortes und die übernatürliche Beziehung zu Gott, wenn all diese Dinge, wenn du diese willst und wenn du sagst, ich möchte Gott und du betest und suchst Gott, dann wirst du es tun. Im Römer 5,5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes wird uns dazu führen, dass wir die Dinge umsetzen, die er uns gesagt hat. Und Leute, das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir brauchen keine Psychotricks, an was wir glauben sollen. Wir brauchen Gott, wie er unser Leben verändert. Und ich möchte euch heute einladen, euch von Gott verändern zu lassen, von ganzem Herzen, weil es hat er vor mit euch, mit mir auch noch mehr. Und wenn wir Gottes Himmelreich hier in Deutschland sehen möchten, wir brauchen niemals zu denken, ich stehe irgendwann morgens auf und habe so viel Lust auf Gott. Einfach so. Sondern ist es so, dass in dem Moment, wenn ich Gott suche, dann kommt der Heilige Geist und er füllt mich mit Freude und mit Hingabe. Es ist nicht alles, was ich tun kann, kann ich sagen, Herr, ich will, ich will, ich will, ich will, aber ich kann nicht. Bitte komm du durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich bitte ihn, ich bitte nicht, ich bitte ihn. und oftmals haben wir so eine Pizza-Bestellmentalität. Ich bete fünf Minuten und wenn da nichts kommt, dann lasse ich es eben. Weil ich bin ja gewohnt, alles muss ganz schnell kommen. Aber es geht darum, Gott zu suchen. Wisst ihr, mein größtes Vorbild in der Welt, das ich persönlich kenne, ist ein Gemeindegründer aus Sanktania. Der verbringt jeden Morgen locker mal vier Stunden im Gebet. Locker. Der steht morgens um drei Uhr auf und zieht bis sieben Uhr durch, liest noch seine Bibel, betet und das macht er jeden Morgen. So. Und ich kann euch eins sagen, wenn da irgendjemand ist, der dämonisch besessen ist, dann macht er nicht langrum, der sagt einmal im Namen Jesu weg und dann ist auch schon die Sache geregelt. Der macht dann nicht, jetzt gehe ich raus und bitte und jetzt mach doch, wir haben doch Autorität. Ne, 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 ne. Der sagt im Namen Jesu von Nazareth. Bam! Leute, da ist Kraft. Wir brauchen nicht denken, dass Gebet, weil es ist unser Luthererbe. Wir denken, wenn Gott will, macht er schon. Aber Gott hat uns aufgetragen zu beten und sein Angesicht zu suchen und ohne wird es nicht funktionieren. Amen! Der Herr mit euch, lasst das Wort zu euch reden, nehmt es an euer Leben, verschwendet euer Leben nicht, weil wenn ihr es verschwendet, dann habt ihr am Ende gar nichts davon und unsere menschliche Selbstsucht ist sehr stark. Unser Egoismus ist sehr stark und ich habe von Natur aus nicht Lust auf das, was Gott sagt, von Natur aus, sondern es ist sein Heiliger Geist, der mir helfen kann und er gibt mir die Unterscheidung, was ist gut und böse und ich muss mich nach ihm aufstrecken. Ich möchte noch beten und dann gebe ich einfach an den Ferdi weiter, dass er den Gottesdienst dann so noch weiterführt. Vater, ich danke dir jetzt in deinem Namen, Herr, dass du dein Wort gegeben hast, Herr, jeder konnte es hören. Herr, dein Wort ist mächtig und deine Kraft ist herrlich und ich bitte dich, Herr, im mächtigen Namen Jesu von Nazareth, Herr, dass du diese Kraft schenkst, Herr, dass die Kraft der Veränderung über deine Gemeinde kommt, Herr. Schenke deine Liebe, Herr, und mach uns zu wahrhaften Nachfolgern, Herr, die nicht langweilig sind, weil sie so trocken sind, Herr, sondern die voll Freude sprudeln können, weil du hier neben füllst, Herr, weil sie deinen Heiligen Geist spüren können, Herr. Ich danke dir jetzt, du bist gut, du bist Gott und du hast einen großen Plan mit denen, die dich aufrichtig suchen, Herr, und dafür danke ich dir, rühre heute, lass du Entscheidungen gefällt sein, dir nachzufolgen und Abstand zu nehmen, Herr, von Dingen, die du nicht segnen kannst, Herr. Wir preisen dich und wir loben dich, singen diese Gemeinde, Herr, und auch den Pastor und auch die ganzen Diener hier, die auch mitarbeiten, Herr. Ich danke dir, mächtigen Namen Jesu von Nazareth. Amen. 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 Der Herr mit euch. Danke. Amen. Hoffnung kommt durch ihn, darum lassen wir uns ziehen und dann legen wir ihm unser Leben hin. Er führt uns auf der Bahn, ganz nach Gottes Plan, Liebevoll und treu weist er den Weg. Öffnet uns die Tür und er lässt uns Liebe spüren, darum unser Not gebührt nur ihm allein. Er wird unser Pfleger, lässt uns aufrecht gehen, seine Gnade trägt uns alle Zeit. Durch die Kraft seines Blutes hat er uns befreit, seine Herrschaft, sein Reich, das besteht alle Zeit. In dem Glanz seines Lichts auf dem Weg hin zu ihm, lasst uns gehen und erkennen das einzige Ziel. Hoffnung kommt durch ihn, Hoffnung kommt durch ihn, darum lassen wir uns ziehen und dann legen wir ihm unser Leben hin. Er führt uns auf der Bahn, ganz nach Gottes Plan, Liebevoll und treu weist er den Weg. Er öffnet uns die Tür und er lässt uns Liebe spüren, darum unser Lob gebührt nur ihm allein. Er hört unser Pfleger, lässt uns aufrecht gehen, seine Gnade trägt uns alle Zeit. Durch die Kraft seines Blutes hat er uns befreit, seine Herrschaft, sein Reich, das besteht alle Zeit. In dem Glanz seines Lichts auf dem Weg hin zu ihm, lasst uns gehen und erkennen das einzige Ziel. Hoffnung kommt durch ihn, darum lassen wir uns ziehen und dann legen wir ihm unser Leben hin. Er führt uns auf der Bahn, ganz nach Gottes Plan, Liebevoll und treu weist er den Weg. Er öffnet uns die Tür und er lässt uns Liebes spüren, darum unser Lob gebührt nur ihm allein. Er wird unser Pfleger, lässt uns aufrecht gehen, seine Gnade trägt uns alle Zeit. Durch die Kraft seines Blutes hat er uns befreit, seine Herrschaft, sein Reich, das besteht alle Zeit. In dem Glanz seines Lichts auf dem Weg hin zu ihm, lasst uns gehen und erkennen das einzige Ziel. Durch die Kraft seines Blutes hat er uns befreit, seine Herrschaft, seine Herrschaft, sein Reich, das besteht alle Zeit. In dem Glanz seines Lichts auf dem Weg hin zu ihm, lasst uns gehen und erkennen das einzige Ziel.